Außenministerin Baerbock war gestern schon in Paris und Brüssel. Heute ist sie zu ihrem Antrittsbesuch nach Warschau gereist. Das Treffen mit Polens Präsident Duda wird gleich von mehreren schwierigen Themen überlagert. Da ist z.B. Polens Ablehnung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, der Streit mit der Europäischen Union über Rechtsstaatlichkeit und die Situation der Migranten an der Grenze zu Belarus. Olaf Bock in Warschau. Nun haben die Grünen ja ein deutlich anderes Verständnis vom Umgang mit Flüchtlingen als Polen. Wird der Besuch Baerbocks dadurch womöglich konfliktreich werden? Ja, Menschenrechtsfragen und Migrationsfragen gehören ja zum Markenkern der Grünen-Politik. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass das heute auch mit angesprochen wird. Denn es gab ja das Thema der Zurückweisung der sogenannten Pushbacks. Dann v.a. die Frage der humanitären Versorgung aufgrund dieser Ausnahmezone, Zustandsgeschichte. Mit welcher grundsätzlichen Haltung begegnet Polen der neuen deutschen Außenministerin? Ja, ich glaube, mit gespannter Erwartung. Also nach 16 Jahren Kontinuität, wie immer wieder gesagt wurde, natürlich auch vielen offenen Fragen, schaut man hier darauf, wie die neue Bundesregierung auch jetzt durch den Besuch von Annalena Baerbock eben hier positioniert. Klar ist, es wird wahrscheinlich die Rechtsstaatlichkeit angesprochen werden. Das sieht man ja in Deutschland, aber v.a. in Europa sehr kritisch, bis hin zu Vertragsverletzungsverfahren. Polen sieht sich da im Recht, diese Justizreformen durchzuziehen. Und auf der anderen Seite wird sicherlich auch die Klimapolitik eine Rolle spielen. Die ist ja auch Markenkern der neuen Bundesregierung. Und hier in Polen wird noch zu 70% Verstromung aus Kohle bezogen. Und der Wandel hin zu grünen Energien wird nicht so schnell gehen. Das kann durchaus auch ein Thema werden. Olaf Bock aus Warschau, herzlichen Dank.